So und in Ruhe, obwohl eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, ne? Das haben wir gleich. So, wie kann man die nochmal rauskicken? Ne, ich wusste, glaube ich, mit Steuerung kann ich den rauskicken, ne? Ne, mit Alt, ne. Wie? Wie kann man die nochmal rauskicken? Ich weiß es nicht mehr. Könnt ihr mir mal in die Kommentare stellen, oder was mit Z? Ne, mit Z schmeißen sie sich beide raus. Und die Level-Mission ist scheiße. Suchen wir uns was einfach raus hier. Spikes. Oh, das wird wehtun. Spikes, Spikes, Spikes. Los, gib Gas. Und Primäre Pro müsste fertig sein. Das sagt mir gerade meine FPS-Anzahl da oben. Ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt eine FPS-Anzahl da oben in der Ecke habe. Keine Ahnung, ob das überhaupt normal ist. Beim Spiel, na los, komm. Go, go, go. Na los, das schaffst du. Du hast schon Raketenantrieb, also das ist ja selbstverständlich, dass du jetzt da rüberkommst. Und hier nicht so ein paar Übungen machst, wir sind hier nicht im Sportunterricht, sondern wir sind jetzt hier im Happy Wheels. Und jetzt hat sich meine Eindrachtfunktion, wie ihr mal gemeldet, kommt verziehlich. So, diese Typen da oben bei Total Jerkface finde ich auch sehr interessant. Und der Baumild war wieder ein wenig ab. Und, ähm, Germanisplay.dm. Komm, spiel mal einfach mal, weil Germanisplay ist ja so sehr oft vertreten. Ähm, ich glaube, die wollen den immer verarschen, ne, weil wenn der reingeht, dass er sofort verreckt und so, ne. Oh ja. Ne, ich kann den nicht einfach rüberkriegen. Ich kann das nicht wirklich, tut mir leid. Neon Ops, go. Was ist das denn jetzt hier? Please try again. Okay. Go backwards. Oh, ja, das hat schon mal so bei klappt, go nach hinten. Da-da-da-dum. Da-da-dum. Da-da-dum. Handstart. Ja, ich fliege, ich fliege. Yeah, ich fliege. Oder auch nicht. Rate Five Stars. Bam. Mittendurch die Gedärme. Komm, ist auch mal ohne Sch Reynolds, optisch springen hier. Bababababababababababababababababababababababab 거예요. Superman auf dem Fahrrad. Dame. Aber ich hab die Goldmunzeln nicht eingesackt. Okay. Und da steht wohl scheinbar jemand, der grad schon am Schießen ist. Dieser Sackgesichthaufen da. Und, ähm. Das Gute ist, man kann hier sogar speichern. Ich weiß gar nicht, was das einem bringen soll. Pädow. Komm, wir schwimmen Pädow. Wieso alle Pädow hier? Pädophile Menschen. Komm, da kommt der Schwarzwirr mal rein. Der sieht genau richtig danach aus. Und da ist sogar sein Idol. Ich komm hier gar nicht runter, da. Komm, spring ab, spring ab, spring ab. Ach, das ist... Oh, wie gefährlich. Guck mal hier, was der da an der Hand hat. Das ist schon, äh, widerlich. Das sollte gelöscht werden. Meiner Meinung nach, two frames per second. Probieren wir mal aus. Ich hab wirklich zwei, zwei Frames. Ja, ich habe 30, 29, 19, 21. Also, derjenige, der es programmiert hat, hat eine Fischkiste. Bei mir läuft's. Also, yeah. Fies aussieht. Except im Menü. Trotzdem ist das nervig scheiße. Doktor Who Death. Komm, nehmen wir mal den Typen, den jetzt auch diesen Doktor. Döp, 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 döp. Oh mein Gott. Gemüse auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie rechts. Ja, komm, beschwer dich mal, ihr Penner, ne? Ihr seid voll die Lutscher und so. Lass mich bitte mal weiterfahren hier, ne? Ah, oh. Jetzt hat er das halt auf den Maul bekommen, weil er sich gegen das Obst gewendet hat. Ah, Mist. Can you make it? Robo Money. Word Vehicle. Komm, schieb mal das mal. Ja, komm, lass mich da rein. Ja, komm, lass mich da rein. Ja, komm, lass mich da rein. Uh, was ist das denn für eine Kackkarre? Da fuck, da hast du richtig rechte, da fug. Los, gib Gas. Der Opa ist mir zu langsam damit, das gefällt mir nicht. Short Adventure. Komm, schieb mal ein Adventure map hier in Happy Wheels. Vielleicht von Minecraft übersprungen, aber you can make it. Nehmen wir mal den Typ mit hier, obwohl der ist scheiße. Egal, wir packen das schon. Oh. Komm, wie der einstecken kann vor allem, das ist schon erstaunlich, ne? Also, ist die Menschen, die können sehr viele Pfeile im Kopf bekommen und leben dann immer noch. Unglaublicherweise. So, Matrix habe ich, glaube ich, später schon mal gespielt gehabt. Running Away, komm, wir rennen wir mal davon. Dafür müssen wir unseren Raketenpenner wieder nehmen hier. Los, 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 wir rennen aber weg. Oh. Oh, von was rennen wir eigentlich weg? Das würde mich gerade interessieren. Und wir haben es geschafft. Und rennen away, run away in den Tod und so weiter. La, 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 la. Und hier hat es den Zug. Das finde ich auch mal geil. Die Idee ist vor allem sehr schön. Los, 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 los. Steh auf, du schaffst es. Du, 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 du hast eine Raketenanskrieg. Das macht dich besonders. Oh, mein Gott. Er schafft es doch nicht. Oder doch. Der Zug hat ihn mitgerissen. Komm, das schwöre nochmal, weil es so geil ist. Dö, 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 ja, danke. Dö, 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 dö. Komm, nein, nicht rückwärts, vorwärts, 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 vorwärts. Wiii, wiii, und nach unten zu dem Zug. Der wartet nur auf dich. Obwohl, der ist noch gar nicht da. Ich glaube, der ist ein bisschen weiter vor uns. Vor allem, der muss noch seinen Fuß ein bisschen aufgeschliffen haben, der jetzt gerade fährt. Ab in den Zug. Und es läuft. Sein Oberkörper fährt noch. Er fliegt. Und ich habe gerade meine Camtasia-Dings ein bisschen umgestellt. Ich werde das noch vor euch später ein bisschen... Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm, dass es ganz kurz mal ein bisschen anders war. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Tut mir leid. Ich hoffe, das war jetzt nicht so dramatisch. Ähm... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also nochmal, Ex-Hetomenü. Free Fall. Okay, Free Fall Tower mag ich gerne. So, da habe ich schon wieder auf das Skype angeschrieben. Komm, nimm die Axt, nimm die Axt. BAM! Und! So, sagen wir uns mal hier, Testlevel. Bongboxlevel. Sobald ich weiß, dass wir es mir auch bald mal ein Level machen, bin ich mal gespannt, was der da so rauszaubern kann. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie das funktioniert, würde ich mir auch mal eins machen. Gut, dann weiß ich natürlich, wie einfach das ist. Äh, 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 äh. Äh, äh. Oh, die Skelette und die Zombies, komm, überfahre ihn, überfahre ihn, überfahre ihn, überfahre ihn. Du schaffst das. Du schaffst es nichts. Doch mal. Wer finde ich cool, die will ich jetzt durchspielen. Von der Idee ist cool. Oh, oh, ja. Ja, ich hab, oh mein Gott, ein Creeper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's überlegt, also nochmal. So, jetzt müssen wir das aber langsam mal packen. Oh nein, 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 nein. Kann der nicht irgendwie mal so Raketen abfeuern oder so, hier mal ein Schwert rauszücken und dann die ganzen Typen abknallen? Leider nein. Leider geil, leider nein. Leider Hackfleisch. Oh mein Gott, weg hier. Komm, überfahre ihn, voll in die Fresse. Creeper, die Jinkgeragd. Von, das ist nur so eine dumme Puppe, ne? Der kann ja gar nicht, der Typ. Der kommt, lass mich jetzt mal hoch hier. Ich will gucken, wie es da weitergeht. Komm, bestimmt gleich 3000 Creeper. Wasser, Wasser, Wasser. Oh mein Gott, Wasser und ein Zombie. Mit einem Hackmesser, der Mehl Hackfleisch aus uns machen. Aber nicht mit mir. Oh, voll in die Höhle. Komm, der fliegt noch hinterher. Nein, wir haben es ja nicht geschafft. Und nochmal. Also einmal spiele ich die noch, weil es so schön ist. Die ist schön, die ist schön. Und ich hoffe, mein Handy läuft auch noch. Sonst werde ich böse werden. Dadadadadam, dadadadadadadam. So. Gibt es hier irgendwie eine versteckte Kiste, wie bei der Hunger Games oder so? Ne. Komm, kommen wir hier irgendwie hoch? Na los. Komm, komm, fahr ihn um. Und jetzt spring auf ihn. Nein, Feriengeschlagen. Bam, er hat die umgekickt. Er hat das Skelett einfach umgekickt. Ein brutaler Kerl. Und nächste Map. Was haben wir hier sonst noch schon schönes zum Abschluss? Ten Ways to Case Liars. Also zehn Wege, um Lügner zu töten. Do's not stop. No stop, just wait. No sorry. Ne, nix, I'm sorry. Ich bin sorry, dass ich mein Typ wieder in die Luft gejagt habe. Und der ein schönes Feuer weg für uns hinlegt. So. It's possible. Kim Possible. So. Oh mein Gott. Ja, da kommt man auch super gut hoch. Also ich glaube, da muss man schon über Pro sein, um da hochzukommen. Da braucht man glaube ich auch eher den Weihnachtsmann oder den... Oh ja, und den Typen kann man ja glaube ich gar nicht gebrauchen. I don't know, lol. Was kommt hier hin? Komm, wenn man den guckt. Schönen Wienkarttypen, der gefällt mir langsam. Los, los, los und los. Ja, 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 ja. Danger, ab hier. So, 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 so. Oh ja, 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 du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Oh mein Gott, er hat's geschafft. Oder auch nicht. Er fliegt und er fliegt und er fliegt. Und er ist wieder am Anfang. Und das Minecart, komm. Du hast noch ein Bein. Das Bein hat sich ein bisschen verdreht, das schaffst du noch. Los. Stell dich da einfach hin, dann vielleicht fällst du nicht auf. Vielleicht merkt das keiner. Komm, verkrieg dich im Minecart. Genau, genau. So sieht dich keiner mehr. Ja, genau. So ist gut. Gut, nee, nicht rausgucken. Ach, egal, komm, wir machen's nochmal. Restart Level. Und los geht's eigentlich auch weiter. Danger, ab hier. Ja, ich möchte gerne hier raus. Das ist natürlich auch super. Yeah. Komm, pack das, pack das, pack das, pack das. Jetzt hat er sich schon wieder eingegraben. Schaffst du das noch, hier irgendwie rauszukommen? Mit Z vielleicht, komm, steig da aus. Nee, steig da nicht. Und scheiße. So, also nochmal Restart. Nee, wir suchen uns noch eins zum Ende aus. Minecraft. Ach, wenn, schuhe. Dead Race. Das hört sich gut an. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, wir fliegen also durch die Gegend. Und ich flieg, und ich flieg, und ich flieg, und ich flieg. Also, es ist auf jeden Fall das Todes Race. Eindeutig, wie viele Leute hinterher geflogen wurden. So. Eins können wir noch machen. Irgendwie gerade ein Harni. Das ist einfach nur mal ein Pop-Shot-Zeit, dass man denkt, was das ist. Ein Pop-Shot mit einer Rode NTR1. Das ist einfach nur ein Pop-Shot mit einer Rode NTR1.